Ich wünsche euch mal frohe Weihnachten. Ich übrigens auch. Ja, also wir zeigen euch jetzt unsere Weihnachtsgeschenke, was wir so bekommen haben. Aber nur an Monster High, also nicht die normalen. Also, hier ist Rochelle. Von Gould's Night Out haben wir bekommen. Sie ist so schön. Dann noch Krius Schminktisch. Endlich. Ja. So lange haben wir gekauft. Dann haben wir Abby's Bett noch bekommen. Ja. Ist auch voll saugeil. Voll saugeil. Dann noch Abby Music Festival. Und Flodin Music Festival. Ja. Dann noch Gouja und Clio. Ja, hier. Aus dem Doppelpack da, Classroom. Ja, also die anderen sind ja Heath und Abby. Und Abby. Ja, hier so zugehören. Ja, mehr schon. Ja. Dann haben wir die Oase von Clio bekommen. Die ist echt saugeil. Ja. Vor allem hier mit den Palmen und so. Die sind voll schön. Ja. Und Giddy's Kopf hier oben. Giddy's Kopf. Ja, Kopf mit Haaren oder so. Keine Ahnung. Also. Ja. Dann noch Holin 13 Menschen. Ja. Ist auch wunderschön. Dann im Hintergrund sieht man ja den Party Lounge von Spectra. Mit Spectra. Ja. Ja, aber. Ja, so. Und dann noch Ghoul Spirit Venus. Mein Geschenk für ihn. Ja. Danke. Sie ist so schön. Sie ist manchmal in Deutschland rausgekommen. Und Mattel hat diesmal auch ein bisschen mehr Mühe gemacht. Ja. Weil hier hinten diese Gläser, die werden einfach nur eingesteckt. Die stellt man nicht mehr drauf. Eigentlich sind die meisten nachher schon älter. Ja. Aber trotzdem. Sau geil. Weil wir dadurch wieder voll mega aufholen. Weil in letzter Zeit, wir mussten ja viele Weihnachtschenkungen zu kaufen. Darum war das mit dem Geld nicht so. Super toll. Ja, also wir konnten uns nicht so mega viel kaufen. Ja. Aber jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Ja. Und es ist geil. Ja, und. Wir haben ein Collectionsupdate. Ja. Da kam jetzt schon lange nichts mehr. Wir wollten eigentlich alle drei Monate machen. Wir versuchen so schnell wie möglich, aber. Ja, wir sind ja jetzt umgezogen. Und jetzt müssen wir erst noch den Raum für die Montage fertig machen. Ja. Und neue Regale kaufen. Ja. Alles nach Weihnachten. Also wir probieren bis Neujahr fertig zu haben. Also bis. Ja, versprechen können wir es nicht. Ja. Also wenn wir es nicht packen, bis dauer sein. Auf jeden Fall. Januar kommt was. Ja. Aber wir möchten natürlich noch von euch wissen. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Ja. Schreibt Kommentare, macht Videos. Ja. Egal was. Video antworten. Und ja. Das war unsere Monster-Haiwanes-Schenke. 2000. 13. Stimmt. Du wolltest mir bestimmt 14 sagen. Ja. Ich war gerade so voll drin. Achso, und wir haben noch für Toys R Us einen 50 Euro Bescheid bekommen. Ja. Und da holen wir uns jetzt das Dreierpack, Chilida, Wirecat, Toys R Us exclusive. Ja, also am Freitag holen wir uns. Wir wissen noch nicht, ob es direkt die nächste, ob es das nächste Video wird, also die nächste Review. Ja, wir müssen mal gucken, weil wir haben jetzt viel nachzuholen. Ja, viel, viel nach den ganzen Geschenken. Auf jeden Fall wird ein Video von denen kommen, wie eigentlich von jeder. Ja. Und die werden auch beim Collegeschaft gleich und so dabei sein. Wow. Vielleicht wird es ganz schön, dass wir uns jetzt immer mal gucken. Wir versuchen uns Mühe zu gehen. Mhm. Und es wird auf jeden Fall neuer, als das, was wir bisher gesehen haben. Und da werden jetzt auch, also wir werden da auch sehr viel, also sehr viel, viel, ja, kein Deutsch. Sehr viel, viel. Wir werden sehr viel Platz haben. Ja, das ist gut. Wir hatten ja vorher so eine Wand. Ja, genau. Zwei Wände hatten wir voll. Ja, zur Verfügung. Ja. Ja, und jetzt haben wir ein ganzes Zimmer. Ein ganzes Zimmer. Ja, ein großes Zimmer. Ja. Und das ist gut. Mhm. Ja, und da werden wir uns euch auf dem Laufenden halten. Und ja, wir wollen euch nur mal kurz unsere Weihnachtschenke zeigen. Ja, wir reden jetzt schon wieder seit drei Minuten. Ja. Aber es gibt halt jetzt viel Neues. Das ist jetzt auch gerade so schlimm, falls ihr euch wundert. Weil wir haben auch abends. Bescherungen machen wir erst abends. Ja. Deshalb, wuuu, wir sind so cool. Okay, wir sind so bescheuert. Ja, das wissen sie. Ja, und das war's schon. Ja. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.